manchmal passieren mir ja sachen die nicht ganz so geplant sind eigentlich passiert mir das oft ihr seht hier eine filament led mit der wollte ich eigentlich ein bisschen experimentieren mal schauen wie das licht ist und so weiter und dann ist sie mir nahe gekochelt also es hat mir jesusmäßig auf dem boden geflogen und dann hat hier das glas zerrissen alle dinge sind ja eigentlich aufgebaut wie eine ganz normale glühbirne ja jetzt kommen wieder die kasper die sagen das ist keine birne also eigentlich wie eine ganz normale glühbirne aber ja quasi abwärtskompatibel hier mit diesen filamenten ausgerüstet also led filamente da sind das schauen wir uns nachher wahrscheinlich leds in reihe nein das sind leds in reihe geschaltet und so ein phosphor zur konvertierung damit das ganze schön weiß leuchtet das ganze sieht gelb aus weil eben damit ziemlich sicher blaue leds drin sind und gelb und blau gibt dann weiß so jetzt ist mir das nahe kagelt aber probieren wollte ich trotzdem ich habe das ding jetzt wieder an den trendrafo gehängt und jetzt kommen meine üblichen warnungen netzspannung lebensgefährlich wenn ihr nicht wisst was er tut dann lasst das lieber sicherheitsmaßregeln beachten könnt ihr googeln so das ist nur zur unterhaltung nicht zum nachmachen ich glaube jetzt sind wir durch damit gut jetzt gebe ich mal langsam spannung drauf mal gucken ob man uns das ding jetzt hier um die öhren fliegt also ihr seht jetzt das netzteil nicht mehr sind jetzt bei 13 volt 100 volt und was ich jetzt schon sehr ist es flimmert wie zau so jetzt bin ich bei 220 volt und das ding frisst 2,86 watt ich habe die daten nicht ganz im kopf aber ich schaue das noch nach und das werden wir dann später in der diskussion der ergebnisse noch mal haben gucken wir uns das ganze mal auf dem ost sie an da braucht er jetzt nicht viel interpretation würde ich mal sagen das hier sind 100 was sagt der readout 100 hertz also das sieht man jetzt danach aus wie wenn das jetzt einfach nur ein brückengleichrichter wäre mit einem kondensator als vorwiderstand jetzt können wir das ding auch gemütlich aufmachen weil ich habe die spannung ich gar nicht ganz hoch gedreht jetzt gehen wir mal auf 140 volt hat natürlich erwartet keinerlei auswirkung machen wir mal auf so da liegt es jetzt erfahrungsgemäß kriegt man das relativ einfach auf wenn man jetzt hier mal anfängt erst mal den bämpel da hinten abzuschnipseln scheint gutes material zu sein kriegt man schon ziemlich schnell weg mit dem seitenschneider kann ja den kleineren seitenschneider nehmen war der harter du da oder so ok der sieht auf den ersten blick schon mal so grässlich aus wie es erwartet habe immerhin haben sie da noch so einen isolator drumrum gebimselt wenn man es jetzt elektrotechnisch ausdrückt ist es ein vierpol hier zwei gehen rein zwei gehen raus dies ist eben nicht wie bei mad max ne zwei drähte generell zwei drähte gehen raus soll ich brutal sein eigentlich lohnt sich gar nicht dass jetzt hier extra noch mal zu filmen aber ich wollte das neue makro objektiv ausprobieren und wenn er guckt das hier ist die pinzette dies ist schon ein geiles gerät g und das alles in 4k also hier das ist die vorschalt ich sag mal vorschalt platine es ist so schlimm wie es aussieht aber ich zeige es doch noch mal von der anderen seite und wahrscheinlich wirst du dann eh schon dies ist mein finger hier gell die fingernägel ich will nichts hören gell so da ist er da könnte man auf eine idee kommen das ist der brückengleichrichter hier mein gott zwei kaffees und man sieht schon wieder jeden zitterer okay so da ist der brückengleichrichter und da ist der kondensator der als vorwiderstand agiert den haben sie ihm noch gegönnt der ist parallel geschaltet das ist ein 330 kilo ohm 3 3 4 4 10.000 33 kilo ohm 330 kilo ohm und hier warum sie dem noch gegönnt haben gönn dir also das sind die plus und minus ausgänge und da haben sie noch mal ein entlade widerstand so wie ich das verstehe rein gemacht warum auch immer ja was ist das problem an der schaltung das ist jetzt mein ganz persönlicher big live moment ja ihr wisst von wem ich rede so also die schaltung sieht folgendermaßen aus man da einen lustigen kondensator mit einem entlade widerstand da ist netz spannung da ist ein full bridge rectifier und dann nochmal irgend so ein komischer entlade widerstand und dann haben wir hier jede menge leds das ist toll also es funktioniert im prinzip über dem kondensator hier fällt die spannung ab es wird dann hier gleich gerichtet werden erst mal 100 hertz das ist schon mal die große scheiße deswegen flimmert das zeug auch unglaublich Mist ist auch dass sie sich hier nicht einmal den anschein einer sicherung gegönnt haben weil die schaltung hat so ein paar problemchen schön wenigstens entladen sie den kondensator und wenigstens versuchen sie das wenn ihr die lampe raus dreht und schnell genug seid dass ihr dann kein gescheuert kriegt ehrlich gesagt das geringere problem an der sache wenn hier irgendetwas schief geht sichert euch nichts mehr weil das ist ja ein ganz normaler kondensator und dann gibt es nämlich noch so einen effekt der war mir auch neu das ist noch fertig und zwar nehmen wir an ihr habt ein schalter der prellt ohne ende also der elektrisch gesehen hochfrequenz hier erzeugt für höhere frequenzen wird der kondensator hier durchgängig also wenn ihr das schafft so einen prellenden schalter da rein zu hängen dann wird der hier durchgängig und dann steigt der strom und das hier macht und da sollte halt eben noch wenigstens eine sicherung drin sein wenigstens ein widerstand der sichern könnte oder eine verdünnte leiterbahn aber da haut es mir eigentlich schon die schnürsenkel raus also das ist eine schaltung die ist katastrophal meiner meinung nach und weil es mir jetzt nicht verkneifen kann möchte ich jetzt mal diese filamente angucken schnipptidu 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 und da ist er auch schon so tele keine ahnung wie man so ein ding aufkriegt habe ich auch noch nicht probiert machen wir einfach mal den ganzen ah das ist ich dachte das wäre eine feste masse das ist aber keine das ist mehr das fühlt sich an ja wie so ein gummi kunststoff silikon silikon war das was ich suche das ist ja interessant interessant very interesting indeed unsere amerikanischen blogger freunde würden jetzt sagen i'm so excited i'm terribly excited ok ich habe zu viel iJustine gesehen ich gebe es ja zu das ist immer das problem wenn man down and excited ist dann muss man als steigerung davon extremly excited sein ok ich komme vom thema ab aber das kommt von der bastelei hier kleiner wurst aufschnitt gefällig jetzt hat's knack gemacht knack knack schöne scheiße was haben wir da wieder angetan das ist ja ein fiesel zeug das ding da nehmen wir noch den zweiten und ich glaube dann sehen wir uns unter mikroskop wieder weil das hat ja gar keine zukunft hier da müsste man es euch schon erkennen das sieht für mich aus wie kleine leds ziemlich putzig das ganze ja da habe ich nicht gescheit geschnitten ja ich glaube das hat keine zukunft da gehen wir unter das mikroskop da sehen wir so nix so jetzt haben wir uns hier unser mikroskop wieder getroffen nicht dadurch verwirren lassen dass ihr jetzt einen kleinen ausschnitt habt ich will nämlich hier mit dem skalpell das schneiden und nur in der geringen auflösung habe ich in der einigermaßen vernünftige frame rate mit der ich arbeiten kann wenn ich in die höheren auflösung auflösung entscheidet das ist mist bei diesen usb mikroskopen bei den bilden dann wird die frame rate geringer aber jetzt sieht man wie man hier so langsam da seht ihr ich möchte jetzt hier diese schicht weg schneiden aber da bleibe ich hängen da ist also ebis ich kann auch noch größer werden und das wird euch jetzt vielleicht beunruhigen das ist nämlich bei den usb mikroskopen so ein ding es gibt einen punkt das habe ich optisch noch nicht verstanden wo der ganze spaß um schnattelt und das habt ihr jetzt gerade gesehen und jetzt ist man nämlich in der großen vergrößerung wenn man einfach weiter dreht und hier das sieht man jetzt aus wie lötpunkte da sieht man jetzt mein skalpell jetzt ist doch an der zeit mal eine auflösung höher zu schalten ist ich schaue mal auf 800 x 600 das ist doch schon gleich viel besser geht also falls ihr unter so einem mikroskop arbeiten wollt könnt ihr diese ganzen usb dinge vollkommen vergessen dafür sind sie halt billig aber das machen wir in einem anderen video wenn es euch interessiert schreibt es mal in die kommentare also ich denke hier sieht man jetzt da wo ich jetzt das kalpell ab das müsste eine led sein da sieht man jetzt hier das ist vielleicht auch ganz spannend das kann ja noch ganz hoch schalt in der auflösung gehen wir noch mal nur stufe jetzt sind 20 10 24 x 7 68 so ihr seht schon die schärfentiefe ist das problem aber ich hier dieser wall da rechts im welt wo ich jetzt gab mit dem dunklen ding durchgefahren das ist das was ich jetzt hier abgetragen habe mit dem skalpell jetzt habe ich gerade eine schicht abgeschnitten ich sehe ich da wahnsinn und da versuche ich jetzt aber bis zum rand zu schneiden das merkt er jetzt natürlich nicht hier kommt die die auto belichtung durcheinander durch dieses schwarze skalpell aber hier seht ihr wie ich immer wieder versucht also eine scheibchen abzuschneiden und da bleibe ich dann hängen so und hier bleibe ich jetzt hängen jetzt bleibe ich hier auf der anderen seite hängen jetzt habe ich mal die perspektive gewechselt damit die übersicht habe da wird es fast sogar deutlicher also hier scheint irgendwas verlötet zu sein vielleicht kriege ich das weggeschnitten so jetzt versuche ich das letzte stück hier weg zu kriegen am rand damit mit die led sieht ja wie sie welche größe es überhaupt hat man kann man mal ein vergrößern wenn ich sie nicht schon kommt vollkommen kaputt gemacht habe so also mehr ist leider nicht zu holen ich vermute mal dass das jetzt auf dem keramik substrat draufgepackt ist das zeug und dass die bund träte dass ich schon längst abgerissen habe die zwischen den dingern hier verlaufen sollten und da sieht man da sieht man sie auch gleich gucken können seht ihr das hier diese drähte da in etwa in der mitte des bildes das dürften die bund träte sein zwischen den leds und ganz spannend eigentlich könnte man gerade noch stufe höher schalten das hat schon was so real künstlerisches wie diese ja dieser phosphor in dieser schicht aussieht guck mal an wie das aussieht wenn man nichts daran geschnippelt hat ja die fasern sind wahrscheinlich von mir denke ich mal da sieht man also einiges durch aber am ende des tages so ist ein filament gedöns aufgebaut vielleicht ist das besser als die greens led die ich neulich zerlegt habe kann ich euch noch mal verlinken verlinke ich euch oben weil die war ja eher anders aufgebaut da war ja mehr so ein lockerer verbund der da über dem zeug drüber war während die jetzt hier richtig schön eingegossen sind vielleicht ist es thermisch sogar geschickter so jetzt bin ich hier am schneiden und überlegen was ich euch sagen soll was soll ich euch jetzt auf dem weg mit geben ich habe mich ja aufgeregt dass das ding keine sicherung hat jetzt könnte natürlich fairerweise sagen ja die normale glühbirne hat es auch nicht point well taken aber wir können das doch besser oder meine meinung gerne unten in den kommentaren mehr dazu also von euch jedenfalls ich habe das ding bei aliexpress gekauft die firma heißt lan mu lan leerzeichen mu keine ahnung ob alle von denen so sind es ist nur meine meinung dass ich das jetzt nicht mehr kaufen werde bei den 1 euro 40 oder 70 glaube ich war es in der größenordnung ja so in der richtung ist auch nicht teuer ich werde jetzt nahtlos in den werbeblock übergehen und zwar mich hat es angeregt nachdem ich jetzt zwei von den dingern hatte und mit einer eigentlich zufrieden war das war diese greens led aber die hat dann doch nach einer gewissen zeit kaputt gegangen ist ich möchte mal wissen ob die alle so scheiße sind und auch bei welchen wo ich euch nachher auch genau sagen kann wo die herkommen das heißt ich habe jetzt eine amazon bestellung ausgelöst die geht über das kann ich euch auch sagen es sind zwei drei vier fünf verschiedene leds allerdings musste ich bei einem größeren pack kaufen blöd alle die 60 watt ersetzen wollen mit filament und er kommt darauf das ganze kostet 50 euro das ist halt einmal so hat mich neulich mal einer gefragt als ich ihm das so erzählt habe also ich frage mich die leute ich zähle es nicht von selber und dann kommt so werden sie die augen groß und dann sagen die dann so ach du kaufst das zeug extra ja klar okay jetzt der werbeblock wenn er das blog unterstützen wollt es werden nicht viel mehr videos werden das sage ich ja auch gleich auch wenn ihr mehr geld rein schmeißt ein bis zwei pro woche ist das ein maximum aber wenn ihr das unterstützen wollt könnt ihr entweder haben wir so eine filter links verwenden die sind unten in der video beschreibung die zeigen auf alles mögliche ihr könnt aber nachdem er drauf geklickt habt auch was anderes kaufen das gilt 24 oder wie viel auch immer stunden oder bis die transaktion durch ist ein paar prozent davon gehen dann an mich wird für euch nicht teurer wenn euch das zu kommerziell ist gibt es auf meiner homepage das könnt ihr oben gucken auf der kanalbeschreibung link auf die homepage und so weiter gibt es ein paypal spenden button es gibt ihr könnt über patreon den kanal fördern das kennen auch noch nicht alle fragen mich auch immer wieder leute patreon heißt eigentlich dass er sagt ich meist dem kaspar als 1 1 euro oder sowas im monat dann in den hut jeden monat also das ist eine regelmäßige spende um die euch dann nicht mehr kümmern müsste ich mag das eigentlich nicht dieses spenden ist irgendwie also wir sind eigentlich die amazon affiliate links ehrlich gesagt lieber weil ich da nicht das gefühl habe von irgendjemand richtig geld direkt bekommen zu haben und ich möchte mich ganz herzlich jetzt mal direkt bei allen patreon spendern und unterstützern bedanken die reihenfolge ist die wie es mir jetzt patreon anzeigt das hängt irgendwie damit zusammen wenn ihr die letzte änderung gemacht habt ich fange mit dem ältesten an das ist der markus ich sag mal markus s punkt weil dann habe ich jetzt hier keine probleme mit namen und alexander v punkt unter stefan s punkt unter charles bronson den darf ich wohl ganz nennen weil ich glaube nicht dass das ein wirklicher name ist der maximilian erder martin p und das wenn sie unter ronisch alle zusammen haben ich sehe gerade hat einer ganz schön erhöht ok gut also dank schee der zu schee sagen das freit mit narrisch für alle anderen ihr könnt auch den kanal einfach fördern durch teilen und so weiter nur also ihr müsst nicht unbedingt geld im sack haben es gefallen mir wieder die besten wortspiel ein lassen war das ansonsten gibt es noch das forum ich muss es noch mal betonen in dem forum sind wer gast das wird nicht von mir betrieben auch wenn manche das so verstanden haben das forum ist gerade ein bisschen schon wieder am verweisen schaut mal rein kommen wir versuchen das mal das ja zum laufen zu kriegen dass da bisher was geht ansonsten bis nächstes mal servus jetzt